Ich heiße Wolfgang Frank und ich soll euch was erzählen, warum ich immer und ausnahmslos immer mit Helm fahre. Das ist ganz einfach. Vom Beruf bin ich Unfallchirurg und Orthopäde. Und da sehe ich immer diejenigen, die mit und auch die, die ohne Helm gefahren sind und zu mir kamen. Ihr könnt mir glauben, ich habe mir viel lieber die mit Helm angeschaut, weil die ohne Helm wollte er nicht unbedingt gerne sehen. Der Helm ist echt wertvoll und er hilft auch, wenn man bei niedriger Geschwindigkeit stürzt. Selten ist in der Stadt der Fahrradfahrer derjenige, der den Unfall auslöst, sondern der Autofahrer, der ihn übersieht. Das heißt, es kommt gar nicht auf euer eigenes Tempo an, sondern auf das, in dem ihr getroffen werdet. Darum, immer mit Helm, ganz einfach.